Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Live Let's Play von Ori and the Blight Forest. So, Part 2. Es geht weiter. Ich überlege mir nicht letztes mal, habe ich hier irgendwie gesteckt noch, oder bin ich nicht weitergekommen? Bin schon weitergekommen, oder? Genau, bei der Spinne, genau. Die Spinne. Ich habe mich komplett vergessen gehabt. So, dann haben wir mich das Teil runterfallen lassen, das eine, und dann geht es jetzt hier nämlich weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie hier die, oder? Bin schon weitergekommen. Genau. Ach ja, genau. Dann habe ich den Dings geholt. Doch rechts bin ich nicht weitergekommen. So, was ist denn da noch mit? Dann, ich nehme mal schnell. Ich habe Dings. Gott, passt. Da, der Rechtsrader konnte ich, glaube ich, nicht. Da, noch abgesperrt. Genau. Ah, der ist ein bisschen stärker. Ah. Das geht schon. Dornensumpf. Sieht sehr lustig aus. Sind schon ein bisschen nervig, die Typis. Aber die geben ordentlich Erfahrungspunkte. Ah, jetzt ist es wieder so eine Scheiße. Komme ich da rüber? Nope. So, ja. Scheiße, 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 scheiße. Ui, ui, ui. Das Ding habe ich gar nicht gesehen richtig. Jetzt drückt doch mal! Och, Mensch. Schaffe ich das? Schaffe ich nicht. Lieber safe. Aber man muss erst, wenn man an einem Objekt ist, RC drücken, ey. Aber für was brauche ich das jetzt? Ach, ich muss es in die andere Richtung drücken. Oh, leil. Wäre auch nochmal ein Geisterportal gewesen. Gut zu wissen. Ist hier hinten noch irgendwas? Nöööööööö. So, dann wieder zurück, die Scheiße. Vom Timing her kann es passen. Ja, ja. Schaut gut aus. Aber jetzt, äh, machen wir mal kurz. und weiter halt wie es geht dann wieder zurück den noch ein bisschen oh warum hä lol ok Gott das sieht auch so süß aus hey ist das schön mal da ein Goumon aus den Elendsruinen wir müssen seinen Fußabdrücken folgen und lassen uns holen was er gestohlen hat ein Goumon ok was ist das hier hier muss es rein ok die Viecher sind so Goumon ich kann mich echt an nichts mehr erinnern weil das ist Wahnsinn ne komm ich nicht hin da komm ich hin da kann ich das gleich wieder mitnehmen oh Gott alles mitnehmen hier Aua hä was war das denn jetzt gerade hä ok so nochmal ok ach komm ich muss da mal ein ok nehmen wir erstmal den mit oh Alter wie weit schießen die denn Alter das Ding ist explodiert na komm so hey ho so da unten komm mal lang oh Gott ei 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 jetzt will ich auch vorher nochmal gucken ob ich hier drüben noch irgendwas krieg nice du bist schon gerade schon im Homeoffice oder du machst gerade Mittagspause von zu Hause ah oh die kommen wieder das ist ja eklig das ist auch mal was lustiges Mittagspause von zu Hause zu machen oh jeder die haben ordentlich Erfahrungspunkte das ist ein Mampfen ja siehste essen müsste ich dann irgendwann auch mal aber jetzt geht es gerade da unten ist er wie die sich fortbewegen geil aber das ist ich da schon wieder ein Problem alter Schwede das bringt mir gar nichts ok toll super toll oh Gott ah du musst dich abmelden oh Mann gucke ich da jetzt überhaupt wieder hoch oh ne hier komm ja komm jetzt trifft das Ding mich da das ist so ein Witz jetzt könnt ihr das ein bisschen nochmal machen ey als ob die Schatzdinger zielsuchend sind in der Luft ok zwischendurch abspeichern definitiv sonst bin ich noch zu schwach für den Mist so so da rüber zack gut ey ey das ist der Michter trifft ey das ist zum kotzen ist das komm explodier wir leben wieder ok lass die vor allem hier wieder spawnen das ist ja mal größte Mist überhaupt jetzt stirb halt wir leben wieder oh Mann ok 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 gut so kurz mal Levelaufstieg speichert habe ich gut sie hat alle immer wieder respawn das ist einfach nur so nervig wie wenigstens ein bisschen wenigstens eine Minute oder so wegbleiben würden ich muss einfach mal wirklich durchrennen na da kommen jetzt auch wieder welche raus ich kriege die Krise nein ich sterbe jetzt oh Gott ist das boah das wird so lustig werden das wird so lustig werden hallo es kommt jetzt wollen sie nicht oder was das ist vielleicht gar nicht so schlau das halt aufzumachen ok geht es jetzt hier hin Lichter hin wow ok gut dann werde ich doch einfach sagen das war auf Level so was werden als nächstes erhöht den Schaden ermöglicht es sich durch feindliche Formationen zu stoßen fordert stoßen und Streiflamme stoßen was ist denn stoßen stellen ansehen verstärkt eine Lebenszelle wieder her lässt die meisten einsamwaren gegenüber der Karte erscheinen ultra stoß erhöht den Schaden er fordert stoßen habe ich stoßen wo kommt denn wo gibt es denn hier stoßen gibt es da nirgendwo stoßen das wird das wahrscheinlich sein hier er fordert zwei Fähigkeitspunkte ach das kann ich doch gar nicht machen hier die kosten der Stichflamme ist natürlich auch geil die Health Offense wird verdoppelt wenn wir das mal haben wir Sachen jetzt nämlich angezeigt so da unten komme ich nicht weiter da komme ich auch nicht weiter super ist natürlich doof gut also hier komme ich schon mal nicht weiter lass mich raten hier ist jetzt alles wieder da ach geh doch mal schneller hoch ja ach so ich brauche die Flams da drüben weil die muss jetzt das Ding kaputt machen alles klar und die muss jetzt das kaputt machen oh ich kann alter das wird lustig werden aber ich verstehe das System I get it so du musst jetzt das Ding kaputt machen komm mach mal das Ding kaputt hier danke so jetzt machst du das Ding kaputt jetzt machst du das Ding kaputt jawohl easy vielleicht mal speichern what the fuck ach das Vieh ist das so geil oh sehr schön oh jetzt zeig mir das doch ihn nochmal komm fortsetzen ich werde später speichern sein so also das wird lustig wow das war knapp ich möchte aber ehrlich gesagt hier nochmal hoch ich wissen will was ist da oben da war ich erst das stoßen okay geh doch da hoch Mensch ich hab doch gedrückt ach ne jetzt möchte ich das nochmal angucken oh Leute könnt ihr wirklich die Zwischensequenzen skippen oh komm mach deinen Strahl so ich speichere jetzt hier ja super oh man so jetzt geht er bitte hoch danke oh schneller man geht doch da schneller hoch Vieh komm 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 oh Gott oh wie kam ich denn da hin äh muss ich das Ding kaputt machen können ja das sagst du so einfach ja jetzt trifft mich das Ding auch nochmal was war das denn jetzt grad bitteschön und ich sterbe wuhu ich könnte kotzen jetzt sterbe ich gleich nochmal geht doch so da komme ich nicht rüber das heißt ich muss hier runter das Ding kann mich nicht treffen hier komme ich auch nicht weiter oder ne hier komme ich nicht weiter Leben sehr gut und was zum speichern oh Gott genau deswegen habe ich das Spiel wieder von vorne angefangen weil mitten in der Hälfte wieder reinzustatten ist das ganz vergessen wenn du die Steuerung nicht perfekt hinkriegst wow wirst du das lassen mal danke jetzt geht es mal hier drüben weiter okay oh oh Alter wie schnell ist das Vieh was das ist der erste Teil boah ich muss wirklich diese Zwischendinger dazwischen das ist echt nervig okay will ich da weiter ich probiere es mal ich speichere jetzt hier nochmal ab gut okay ah okay ich okay alles klar das wird lustig okay oh Alter das wird der Halter werden oh 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 okay das Ding kann ich nicht kaputt machen geht kaputt danke kann ich hier nicht irgendwo anders auch hier noch hin nee komm ich nicht gut das war dumm und tschüss ah ah da oben würde ich noch hin genau Mal her, das Zeug. Ich brauche ein bisschen Leben. Das wäre nicht schlecht. Ist jetzt hier noch irgendwas? Wow. Ah, okay. Ah, Energiezeit. Das ist doch schon mal... Jetzt kann ich dort schon ein paar Tore öffn machen. Das ist natürlich geil. Wo komme ich jetzt nur hin, wenn ich hier runtergehe? Oh Gott. Ja, super. Danke. Danke, Spiel. Fürs Spaten. Ey. Danke fürs Spaten. Komm. Gib her. Du musst jetzt die Energiezeile wiederholen. Ja, das war ja klar. Okay. Ich gehe jetzt da auf jeden Fall nicht runter. So, jetzt versuche ich hier drüben nochmal. Speichern. Ganz wichtig. So. Dich mach mal platt. Geht doch. Wieder hoch. Danke. Jawohl. So, komme ich jetzt hier überhaupt weiter? Nö. Gut. Weiter brauche ich das Stoßen wieder. Dann hole ich mir jetzt die Punkte im Prinzip und hau dann wieder ab. Gut. Zack. Und wieder zurück. Wow. Äh, speichern. Ganz wichtig. So. Jetzt ganz schnell da wieder hoch. Achso. Gut. Bin ich schon. Wahnsinn. So. Jetzt geht es hier unten weiter. Da komme ich nicht weiter. Das Ding nehmen wir mal mit. Gut. Zack. So. Ich jetzt mich hier. Ne. Speichern. Das ist mir nischt. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall schon weiter. Aber ich möchte. Ach. Komm. Okay. Ist hier irgendwas? Ne. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Ähm. Gut. Geht noch nicht. Hier brauche ich das Stoßen. Also hier weiter. Ach. So ein Arsch. Ich bin doch noch gar nicht rüber gefallen. What the fuck? Hä? Okay. Da komme ich nicht weiter. Ich habe kein Kartensegment. Komme ich da hoch? Nö. Okay. Muss ich da unten weiter oder was? Ja. Ach. Hier sehe ich auch meine Fähigkeiten. Geisterflamme, Wandsprung, Stichflamme. Und als nächstes kommt dann wahrscheinlich das Stoßen. Jetzt will ich aber trotzdem wissen, was da unten ist. Oh, ob das so gut war. Hier kann ich kurz ausharren. Das war doof. Das war doof. Das war doof. Mann! Da komme ich eh noch nicht weiter. Jetzt lasse ich das erstmal noch. Jetzt bin ich auf der Prüge gewesen. Ho, 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 Teddy. Rrrr. Okay, zack, 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 zack. Dann. Da durch. Nein! Nein, 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 nein. Mann, es geht doch da hoch. Mensch, dummes Vieh. Ich will da hin. Ja, vollo. Das ist das Kartenfragment. Okay. Boah. Was? Ich bin davon gestorben, Mann. Mann! 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 Das war dumm. Das war so dumm. Mann, ey! Ja, du musst dich da eigentlich nur richtig rein... Das sind einfach nur dumme Fehler, ey. So, speichern. Zack. Vor allem, man muss geduldig bei so'n scheiß Spiel sein. Das ist der Trick eigentlich. Und das kann ich nicht. Ho, ho. Jetzt. Ohne. Ich drück doch. Ah, du dummes Vieh. Wie oft soll ich sie noch drücken? Nein! Ey, das Vieh ist so knuddelig und trotzdem möchte ich es manchmal erwürgen. Ey, der macht es schon wieder nicht. Ja, ich weiß, dass es ein Kartenfragment ist. Ey. Ja, und tot. Danke. Ja, ich weiß, dass es so knuddelig ist. Ja! Geht doch! Was ist denn jetzt? Zumindest gegen den Töten... Oh Gott. Was geht denn jetzt ab? Das war dumm. Puh. Uiuiui. Speichern. Ähm, ja. Und wie komme ich jetzt hier? Muss ich jetzt wieder zurückgehen oder was? Sphinx, die Flampe ist wieder da. Sehr schön. Muss wahrscheinlich oben weiter. Oh Mann, jetzt muss ich hier wieder hoch. Speichern. Oh Mann. Komm ich nicht ran? Okay. Oh Mann. Scheiß Spinne, ey. Mir fehlt noch ein Kristall und das ist da unten. Oh Mann. Hu 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 hu. Ich müsste eigentlich das Dings noch zurückbringen erstmal. Das Kartenfragment. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Muss ich den ganzen Weg nochmal zurück machen. Das war dumm. Das war dumm. Hu 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 hu. Leben am Limit. Ähm. Ach du Scheiße. Und hier komme ich jetzt nicht weiter, oder? Ne. So und wieder zurück. Das ist hier eigentlich nicht so schwer, die paar Schaden sind. Eigentlich musst du nur mal geradeaus rennen. Jetzt kommst du wieder. Soll ich die Spinne stehen auch wieder da? Ne ist er nicht. Okay. Gut. Dann speichere ich jetzt hier nochmal. Zack. Oh Mann. Das ist echt ohne Witz. Das ist doch nicht wahr. Ich stelle mich an wie der letzte Mensch. Das ist... Was hat es mir jetzt gebracht? Gar nichts, oder was? Nö. Toll. Okay. Wuh. Äh. Wie komme ich da hoch? Alter Spiel. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Da oben komme ich noch nicht hin. Vielleicht kriege ich jetzt die Fähigkeit. Das wäre natürlich cool. Ein Stammbaum Leerulock hier. Sie war schnell bewegt und durchschnitt die Luft. Ach. Mensch. Was du nicht sagst. Was ich da jetzt wohl bekomme. Oh. Scheiße. Oh. Doch nicht. Du hast den Doppelsprung erlernt. Drücke A in der Luft um noch höher zu springen. Okay. Okay. Wuhu. Okay. Nice. Okay. Dann gehe ich doch gleich mal wieder auflaufen. Ähm. So. Wie saß ich nicht der Stoffen. Wird verdoppelt. Oder stellen wir an den Lebensraum. Halbiere die Kosten. Ja. Das finde ich schon ganz geil. Die meisten Einsammlungen werden automatisch absorbiert. Okay. Gut. Ah. Sonst kommt es hier auch nicht zurück. Auch nicht schlecht. Wuhu. 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 Ist schon cool mit dem Doppelsprung. Ist schon cool mit dem Doppelsprung. Es ist schon ganz geil mit dem Doppelsprung. Ja damit. Okay. Da unten muss ich nicht nochmal hin. Zack. Okay, das bringt mir gar nichts. Okay, das hat mir gar nichts gebracht, okay. Dafür komme ich jetzt da hoch. Gut. Nice. Puh. Schaut es denn eigentlich aus hier? Hier habe ich doch jetzt eigentlich alles eingesammelt. Ja. Hier komme ich hier wieder raus, okay. So, theoretisch komme ich doch da jetzt hoch. Komme ich nicht. Doch komme ich. Aber hier komme ich nicht hoch, oder? Doch komme ich. Nein. Juhu. Gut. Genau, jetzt bin ich auf der Seite. Jetzt geht es hier im Prinzip weiter. Jetzt kann ich da unten weiter, oder ich gehe jetzt hier links weiter. Dann gehe ich doch erst mal, oder? Komme ich überhaupt weiter? Sieh, nehme ich doch. Gut. Äh. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe. Gibt es da oben irgendwas? Nö. Ach, hier muss ich sogar hin, zurück. Natürlich, da müsste ich ja... Hm? Dann gehe ich nochmal in die andere Richtung. Dann würde ich die andere Seite auch nochmal sehen. Wollte ich ganz ehrlich sagen. Komme ich da oben eigentlich hin? Äh. Ich glaube, das geht nicht. Ach du Scheiße. Speichern. Wow, 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 wow. Gut. Als ob das Ding mich trotzdem trifft. Wahnsinn. Das Ding müssen wir jetzt der Doppel-Energie geben, oder? Ja. Okay. So ist es. Ja, super. Das läuft ja super. Das schaffe ich nicht. Okay, dann gehe ich doch erst mal hier runter. Ja, das Ding kann ich jetzt aufmachen. Bevorher gucke ich noch, ob ich hier rüberkomme. Das schaffe ich niemals. Ah. Zack. I get it. Schraubst verstanden. Was das Spiel mir sagen möchte. Es trifft mich trotzdem, lieber. Wahnsinn. Es trifft mich. Ach, ich habe gar kein Ding zum Explodieren. Haha. Super. Zack. Aua. Zack. Da komme ich noch nicht hin. Okay. Jetzt wird es langsam lustig, weil ich keine Energie mehr habe. Hier komme ich auch nicht weiter. Hier komme ich auch weiter. Jetzt kann ich das Ding weiter bewegen. Alles klar. Ah. Ah. Jetzt mache ich das Ding aber schön. Ich kann es nicht. Doch, ich kann es noch bewegen. Gut. Ich habe jetzt keinen Bock, das Ding jetzt abzubekommen. Noch eine Energiezelle. Nice. Du hast ein riesiges Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem Entzug. Finger, weitere und schnelle Fähigkeiten. Ja, das mache ich doch gerne. Gut. Ich tauche wieder hoch. Ja. Gut. Dann kann ich jetzt wieder raus. Oder? Ja, und wie komme ich jetzt hier weit? Ach, das war hier. Okay, warte. Speichern. Das schaffe ich tatsächlich. Krass. Krasser Scheiß. Was sage ich denn mal? Die meisten Einzige werden automatisch eingesammelte Energie. Wird um 50% erhöht. Das ist natürlich geil. Äh, speichern. Und wieder hoch. So. Dann bin ich ja hier fertig. Jetzt kann ich mich oben weitergehen. Nice. Das nehmen wir noch mit. Gut. Speichern. Da komme ich noch nicht hoch. Oh Gott. Das war knapp. Gut. Hier weiter. Oh Mann. Wie mache ich das jetzt am besten? Das war nicht optimal. Ja, super. Okay, wie funktioniert das? Okay. Das kann ein Halter werden. Macht das da vielleicht so? Wuhu. Speichern. Hä? Wie sein... Wie funktioniert das? Okay. Speichern. Wuhu. Ja damit. Oh, was bist du denn da oben? Okay. Hier kann ich nichts machen. Okay. Wuhu. 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 Nein. Mann. Oh Gott. Schon jetzt habe ich so ein Ding da oben natürlich vergessen. Einzusammeln. Unten. Ach, scheiß drauf. Egal. Egal. Ha, 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 ha. Ei, das Schwede. Ach, ist man jetzt gefangen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wurde der Halter. Äh, wie komme ich jetzt da hoch? Oh Mann ey. Ich hasse sowas. Alter. Das ist eine Heilpflanze. Jetzt rette ich dich auch noch. Gibt es da oben irgendwas? Ha. Spiel ausgetrickst. So, das kann ich noch nicht freischalten. Was ist jetzt hier noch? Da steht ein Lebenspunkt wieder her. Ich glaube, ich spare jetzt erstmal, oder? Verbitt die Kosten von Stich. Ah, ist schon geil. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieses, dieser uralte Jählstein gewährt dir nun Zugang zum Ginsobaum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginsobaum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Oh Gott, ich weiß, was mich da erwartet. Oh Gott. Wo bin ich? Da unten. Ich glaube, ich weiß, was mich da erwartet. Oh Gott. Die Dinger haben wir jetzt nicht eingesehen, weil da komme ich ja nicht hin. Gerade aus Zug könnte jetzt noch was sein. Genau. Nee, da geht's nicht hoch. Äh. Nein, 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 nein. Nein, ich bin dumm. Oh gut. Gut, dass hier oben gespeichert ist. Ich dachte schon. Komm ich da jetzt überhaupt hin? Das ist die große Frage. Huhuhu. Danke, dass du mich trotzdem tröst. Speichern. Ah, das gibt mir nichts Leben zurück. Gut. Oh Gott. Ja, toll. Danke. Mann, das ist mich trotzdem tröst. Alter, jetzt heu halt auf. Gib mir lieber Leben zurück. Oh Gott. Das sind nicht so meine Nerven. Juhu. Mein Leben. Hat sich doch gelohnt. Jetzt kommst du hier wieder raus. Okay. Gut. Huhu. Speichern. Häu. So, wo muss ich jetzt hin? Darüber könnte ich theoretisch. Okay. Wow. Wow. Komm, das kriege ich hin. Ach komm, lass mich doch da rüber, bitte. Das hast du mir kein Leben zurückgekriegt. Gut. Gut. Mann. Dreck. Spiel. Spiel. Spaß. Ich will da rüber, jetzt. Komm schon. Kein Leben verlieren. Kein Leben verlieren. Kein Leben verlieren. Danke. Das wollte ich nicht einsammeln. Oh gut. Komm. Ohne Leben zu verlieren, das zu schaffen. Ich kann ja eins machen. Ich mach jetzt so. Und das bringt mir rein gar nichts, oder was? Oder? Ha. Ich bin gut. Wow. Das Spiel verlangen wir gerade. Mein Chef hat Corona. Ach du Scheiße. Äh. Heißt das jetzt für dich, dass du jetzt theoretisch besetzt in Kartino, oder? Oder wie lange haben die das jetzt schon? Ich hab jetzt gar nichts gebracht hier, oder was? Hey. Ja, jetzt hab ich... Oh Mann, jetzt hab ich auf die Chat geguckt. Ach so, okay, dann geht's ja. So, jetzt komm. Gut. Was hat mir das jetzt hier gebracht? Gar nichts, oder was? Was bringt mir das jetzt hier drüben zu sein? Gar nichts, oder? Ich komm mir da eh nicht hoch. Danke. Ma- ey. Ach, das bringt mir gar nichts. Gut, dann nicht. Dann geh ich jetzt hier wieder zurück. Das Ding wenigstens wieder da. Da geben wir mal ein bisschen Leben zurück. Okay, dann nicht. Ja, danke Spiel. Bist wieder sehr nett zu mir. Dieses Respawn von dem Zeug, das geht mir echt auf den Sack. Wow. Alter, wie weit die Dinger reichen, die Stacheln. Wahnsinn. So, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Oben ist ein Speicherpunkt. Gut. Nice. Gut. Wie komm ich da hin? Hm. Gut. Ich muss weiter hoch. Nein. Ich verstehe hier gerade, glaube ich, perfekt oder auch nicht. Komm ich jetzt da rüber? Nö. Da komm ich nicht rüber. Hier komm ich jetzt hoch. Zack. Jetzt ist das Ding hier wieder da. War das von uns auch schon da? Oh nein. Puh. Huhuhuhu So Da oben komm ich nicht hin Böse Musik ist böse Ich geh nochmal durch Ich geh nochmal durch Aaaaaahhh Einfach erstmal durch So Huhuhuhu Komm ich da hin Ne Da komm ich nicht hin Gut Ich muss jetzt da oben irgendwie hinkommen Bist du unten noch irgendwas nicht? Ich glaube nicht oder? Bist du da irgendwie zurückkommen? Ah ja Gut speichern Gut speichern Oh wenn jetzt die Zähne kommt dann kotze ich jetzt schon ey Wenn jetzt diese Fliehzähne kommt Wenn du im Wasser wegrennen musst Die ist so scheißen schwer gewesen Das weiß ich noch Das weiß ich noch Wenn das jetzt das ist Speichern vorher Ach ne genau Ach ne genau jetzt muss ich den Das ist ein Boss jetzt Oh Gott Genau Genau und den Weg muss ich jetzt hoch und dann wieder runter und beim runter gehen Oh Gott Das Wasser von Nier flosst eins durch den In diesem Baum Jetzt ist er verdorben von innen vertrocknet Wir müssen den Fluss wie die Herrscherung des Herzens des Skinsulbaums finden Und da ist natürlich ein Scheiß Gegner Ein Gegner Genau jetzt kommt man hier drüben raus Oh Mann ey Das kann ja heiter werden Genau das meine ich Oh Mann Ach die Steuerung ey Manchmal ist die echt assi Oh Mann Ich Boah ne Och Mann Uh das Ding kann ich nicht angreifen Schon verstanden Oh Gott Zu früh Ach komm Ne da lass ich mich nochmal sterben Oh ja was komm Aber das Spiel macht trotzdem Spaß das ist das geile eigentlich Das ist wie ein Dark Souls nur Jump'n'Run Ich bin echt schlecht in so den Spielen Och Gott Aber die haben jetzt so viele vorgeschwärmt wie geil der zweite Teil sein soll Deswegen will ich jetzt die nicht ausspielen Und speichern Und speichern Oh Gott Portal Ah das war dumm Das war richtig dumm Oh Gott Ach Mann Ich hasse diese scheiß Spinnen Ich muss mich da auch drüber Oh Gott Oh Gott Das wird lustig jetzt Das wird jetzt richtig lustig Mann ich würde da nicht gegenspringen Okay da komm ich da raus Okay So ich versuch's jetzt einfach mal Ich krieg ja da Lebenspunkt wieder Ja es funktioniert gut Ich hab's nicht gesehen Wo bin ich jetzt Wo bin ich jetzt Da unten Nice Das ist wichtig Dann komm ich wieder raus Dann komm ich wieder da raus Okay Speichern Bin ich jetzt da Gut Alter Schwede Alter Schwede Boah Alter Ist das schwer Puh Okay Ach ja ich möchte das ganze Ding weiterleiten Immer weiter So Jetzt kommt's da raus Dann kommt's da wieder raus Das heißt ich muss jetzt da hoch Ein Puzzle Genau Hui So Und geschafft Gut Speichern Den ganzen Weg Dann wieder runter Oh Mann ey Ich krieg jetzt schon die Krise ey Oder wie viel halten die denn aus Okay Ich geh einfach weiter Ich muss die töten Das ist doch ein Witz Oder Oh Mann Oh Mann Was kommt So ein großer Bullshit ist das Okay Okay Ich mach jetzt erstmal die hier Ach komm jetzt kommst du raus Oder was Nee Das ist doch So Nummer 1 Ach das reicht schon einmal Einen muss ich besiegen Was ist denn Was ist denn wenn ich jetzt wieder zurückgehe Komme ich denn da raus Da komm ich raus Ja dann könnte ich jetzt theoretisch Nee Ich speichere da oben ab Jetzt kriege ich jetzt noch mal Leben zurück Ah es geht noch weiter Okay Wo bin ich Wo bin ich Da Ja Da raus Dann da raus Gut Oh Mann Das war jetzt glaube ich nicht so schlau Mann Ich komm wieder irgendwo gegen Oh Mann Ach komm So wo bin ich da Gut Bin ich denn jetzt raus gekommen Wo bin ich Vorsichtig Ähm Ey es ist doch Ätzend Einfach nur Oh Mann So Hier haben wir die Fuse That's up Uhuhuhuhu Oh Nicht gehen kommen Speichern Alter Schwede Ah genau Ich weiß was ich für eine Fähigkeit Bekomme Ja Ich weiß schon Tief aus dem Tief aus dem Inneren des Stammbaums Erhöre ich die Schrei des Entsetzens Rehm war agil Er sprint durch die Lüfte Hör auf seine Stimme Denn er verbeidet die Weisheit Dann kann ich mich an den Teilen Können wir uns dann irgendwo hochkatapultieren Du hast das Stoßen Du hast das Stoßen Du hast das Stoßen alle Genau Hehe Stoßen Das ist schon cool Das ist eine coole Mechanik Muss man wirklich sagen Das hat schon was Level up Das machen wir doch gleich mal hier So ich habe jetzt das Stoßen gelernt Ich kann das aber noch nicht Ultra Stoßen Hör den Schaden ermöglichst Durch feindliche Information zu stoßen Das werde ich glaube ich jetzt nächstes jetzt lernen Oder ich mache halt Halbiert die Kosten von Stichflamme Das wäre natürlich auch geil Ich glaube ich warte jetzt erstmal auf das Oh ach komm scheiß drauf Ist schon cool So was muss ich jetzt hier machen Das war falsch Ah scheiße Okay So muss ich es machen Wie kriege ich jetzt das Ding da hin Das muss ich dann irgendwie So schräg ab Oder? Ah noch ein bisschen Ja Jawohl Physik kann ich Eintreiz Eintreizwinkel Einschlagswinkel Einfallswinkel Meine Fresse Okay wie komme ich da Och komm Dass das schon wieder Spitze sind Ich muss nach oben Hä aber wie? Ja komm Okay Meine Fresse Alter Das gibt's doch nicht Jetzt komm Jetzt Jetzt Energiezelle Oh jetzt geht das Denken los Okay Das hat noch geklappt Das war wahrscheinlich nicht so gedacht Jetzt Komm Lass mich da ran Geht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht Das ist wahrscheinlich Genau so Da komme ich nicht ran Scheiße Hätte vielleicht mal Speichern sollen Das war dumm Ehrlich jetzt Oh Mann Noch weiter Oh ja Oh ja Let's It's Meine Güte. Hetze. So, hier werde ich jetzt mal abspeichern. Ich krieg die Krise, ey. Ah, okay. Und auch ein bisschen einfacher. Speichern. Irgendwie geht das besser. Ich weiß nämlich wie. Mann, geh doch da bitte ran. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich raff's nicht. Ach komm, ey. Wie soll denn das da funktionieren? Ohne, dass ich mir da was tue. Ey, ich krieg die Krise. Okay. Gerade so. Gut. Gespeichert hab ich. Oh man, was ist das jetzt schon wieder? Ja, ganz toll, ganz toll Ja, komm halt nicht raus, warum auch? Ach, das ist dumm Jetzt kommt das Ding nicht raus Ich raff's nicht Ach, jetzt Hä, aber was soll ich denn da machen? Ah, jetzt Oh lol Ja, komm Oh, wie sollte das funktionieren? Mann Ja Ja Ja, komm Oh man, es ist ein Scheiß Ey Oh Gott Oh Oh danke, danke, danke Ein Glück Uiuiui Ist jetzt hier noch irgendwas? Nö Gespeichert hat er jetzt, oder? Wie gespeichert Okay Oh, dir ist jetzt richtig los Das Herz des Gänselbaums verwartet Das Element des Wassers 1 sicher auf Doch nun ist verdorben Gänzlich verfolgt und verwest Ja Und den Scheiß muss ich jetzt wieder runter dann Oh Gott Wir müssen ihm helfen, es heilen Und den ganzen Schmutz beseitigen Indem wir den Verfall rückgängig machen Und zwar auf beiden Seiten Jep Okay, das wird lustig Ähm Okay Jetzt habe ich den Affen halt nicht mehr Aber man ist halt so Okay Okay Okay, Nummer 1 Gut Nummer 1 Speichern Nein Was mache ich denn? Och man Ich habe die falsche Taste gedrückt Wir müssen das Vieh doch nur töten da oben Ah, es ist nervig Das Ding Danke Okay Ja Komm, zieh mir alles ab Okay Okay Okay, da oben muss ich rauskommen Da oben muss ich rauskommen Oh Gott, das wird lustig Äh Hä Hä Och man Okay Okay Ja, komm Gut Gut Aber wie muss ich denn da weitermachen? Geht da raus Ach, da, da muss ich da drüben wieder ablenken Okay Es trifft mich natürlich wieder Okay Jetzt muss ich einmal da rüber Okay Das war glaube ich nicht so dumm Äh, nicht so schlau Zack Zack Hier hin Zack Das war dumm, das war dumm Och man Er ist versaut Okay Nochmal Okay Hier rüber Da rüber Da rüber Und dann noch da rein Huh Geschafft Okay Jetzt kommt der spaßige Teil Und jetzt Jetzt können wir das Element Das was ist wieder herrschen Wenn wir diese Aufgabe erlegt haben Liegen nur noch zwei weitere vor uns Genau Jetzt geht der spaß nämlich los Jetzt geht der spaß das richtig los Das wird so nichts werden Anders jetzt schon Ja Das war's Oh man Das kann halt da werden Oh, das sieht so geil aus Das Spiel Huhuhu Believe Das ist Os Das ist Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Das so schlau war, weiß ich nicht Das wäre so geil, wenn ich das auf Anhieb hinkriegen würde Nein, hab ich den Affen verpasst Scheiß auf das Ding Juhu Da fließt das Adrenalin Du dummes Viech Du dummes Viech Gänsehaut Oh, Gumu rettet uns, oder? Ja! Gumu, Gumu Und alles Oh, ich fürchte schon Dich an, Kuros Fänger des Hasses verloren zu haben Aber Gumu hat dich gerettet Und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt Ja! Das Wasser ist schön Doch sieh her Der Ginsehauten ist wieder hergestellt Und Nibels Wasser ist wieder klar Wir haben jedoch keine Zeitzufälle Und müssen uns sputen Das Element des Windes ist als nächstes dran Es ruft tief in den Elendsruinen Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel Der die Tore dorthin öffnet Nebelforst Ich glaube, bis zum Nebelforst Habe ich gespielt gehabt So, jetzt können wir natürlich Die ganzen Wasserdinger noch abarbeiten Aber das mache ich dann Ein anderem Mal Jetzt reicht das mal zu Jetzt ist genug Aufregung Da beenden wir das Ganze jetzt nämlich hier Jackie, ich wünsche dir noch Einen angenehmen Arbeitstag Wird zu Hause Und wir hören uns Denn genau, ciao, ciao